ist wieder kohle in der decke da geht es weiter das ist aber der gleiche abgang wie hier ist jetzt weiter runter wie immer erstmal alles erkunden und ausleuchten und dann die sachen dort abbauen wenn welche da sind oh gott da geht es runter hier geht es nicht weiter so und fang hier mal an die ganzen sachen abzubauen wie gesagt das ist ja das sind eine höhlen tue das könnte auch mal dazu bis auf die tatsache dass die musik mal quasi überhaupt nicht dazu passt naja das sollte aber relativ egal sein so so und hier kamen wir hinten geht der gang noch in dieses wasser rein aber hier ist so viel kohle es ist toll ich hatte jetzt mal mitgenommen falls wir weiter runter kommen natürlich schon lustig so das ist schon also wir haben gut kohle jetzt das ist schon mal schön höhlen jetzt gehen wir mal etwas weiter fest dass hier die höhle auch schon wieder vorbei ist dann gehen wir hier oben rein so nehmen wir auch noch die kohle mit weil es ist kohle und kohle kann man nie genug haben das weiß jeder der schon mal bei der bank war und sich über seine kontoauszüge beschwert hat und dann festgestellt hat dass da nichts drauf ist dann sagt man sich ja hätte ich doch die kohle hier in der höhle mitgenommen hätte ich damit heizen also noch mal kohle das ist ja noch mal kohle hast du gedacht ich sehe dich nicht aber nur eine egal oder um habe ich kohle die ich habe da kohle übersehen ja tut mir leid hier war die nächste alter Alter, wie viel Kohle. Oh. Gut, da ist auch die nächste Höhle gleich. Da werden wir auch gleich reingehen. Ist schon, ist schon schön, ja. Oh. Ich wollte da noch gar nicht, Alter, ist wie viel Eisen. Okay, gut. Ich wollte da jetzt eigentlich nicht rein, aber jetzt, wo wir eh schon drin sind, ist das ja auch egal. Also, ich muss sagen, ja, so richtig viel Eisen ist ja hier nicht. Sah nach mehr aus, als es war. So, ähm. Gib ich erstmal hoch. Dann hier erstmal rein, ja. Oh. So. Ist doch schon, ist doch schön. Wir haben jetzt gleich keine Fackeln mehr, aber wir haben jetzt wieder jede Menge Kohle dafür. Alter, und wie viel Kohle das ist, ey. Das ist ja, äh, phänomenal. Noch mehr. Ach, die Ane geht ja noch weiter. Nice. Ey, das ist ja, ist ja wunderbar hier. Okay. Na gut. Das freut mich natürlich. Eigentlich wollte ich doch hier Stein holen. Aber naja, da ist wohl nichts anderes übrig, als die Kohle mitzunehmen. Das Eisen hier nehmen wir auch gleich mit. Also sind sogar mehr. Ah, oh. Oh, oh. Das freut mich. Das ist ja schon mal viel Eisen. Und das war der ganze Gang. Ne, das war nicht der ganze Gang. Das geht ja hier noch weiter. Dann werden wir uns gleich mal reingraben. Okay. Das machen wir doch mal so. Äh. Aber. Zuerst. Machen wir jetzt hier mal. Jee. Denken wir neue Fackeln. Fackeln wir gar nicht lange. Hö. Der war so. Unvorhersehbar. Der Witz. So. Gott, das geht ja richtig tief runter hier in die Erde. Ähm. Und kein Ende des Schachtes ist in Sicht. Da war, hab ich Glück gehabt beim Springen, dass ich auch gelandet bin. Denn der Axel Springer ist mit seinem Verlag nicht immer gut gelandet. Wenn die Bild-Zeitung mal wieder Scheiße geschrieben hat, war der Axel Springer immer schon mit einer schönen Bauchlandung in den Medien unterwegs. Also jetzt ist es. Na, das geht ja. Hey. Es ist ja richtig tief hier. Darauf haben wir denn eine Schaufel dabei. Ähm. Gut, wir haben noch ein paar Spitzhacken. Die nutzen wir dann natürlich auch. Erstmal eine Fackel ins Inventar holt. Gott, ich hab überhaupt mein Inventar, äh, hat ja überhaupt keine Ordnung. Das müssen wir mal ändern. Schwerst packen wir mal dahin. Die Fackeln dahinter. Spitzhacken und Schaufel. Die Workbench auch mal greifbarer Nere. Über Ersatzschwert und Ersatzspitzhacken. Das ist auch nicht wirklich logisch, aber es bleibt mal ein besseres Gefühl. So. Und dann stellen wir fest, dass hier die Höhle noch weiter geht. Fuck, ist das Teil riesig. Äh, wo kamen wir denn eigentlich her? Ach, von hier oben. Hier könnten wir so runtergehen. Um einen schönen Abstieg zu haben. Oh, hier ist mehr Eisen. Ui, hier ist ja wieder richtig schön Eisen. Wir werden uns freuen, wenn wir das Eisen alles einschmelzen. Das kann man viele schöne Sachen machen. Was genau, weiß ich nicht. Was es hier schon gibt. Gehen wir erstmal da so rein. Hier eh nichts ist. Das heißt, es geht einzig und dann hier so lang. Da wo ganz viele Fakten sind, da kommen wir her. Ich sehe es nämlich schon, dass sie uns hier drinnen verlaufen werden. Wir haben jetzt richtig viel Kohle. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, dass es in der Alpha schon so viel Kohle gab. Ich glaube, ich dachte immer, das kam jetzt mit der Beta dazu. Das haben auch alle immer so gesagt. Oh, das war doch schon so früh. Wahrscheinlich, weil ich um die Zeit nie wirklich meinen war. Also nicht in Höhlen unterwegs. Sondern ja, was habe ich schon die Zeit gemacht in der Alpha. Ich glaube, da habe ich versucht, eine Monsterfalle zu bauen. Ohne Spawner. War nicht so tierisch effektiv. Kann man sich ja wohl denken. Wo geht es denn hier oben weiter? Erstmal Eisen. Das holen wir uns natürlich erstmal mit. Alles ist Eisen. Dann glaube ich eigentlich fast, dass es hier hinten. Oh Gott. Weiter gehen muss. Insgeheim. Also vermutlich. Ich hoffe es, glaube ich, eher nur. Wäre nämlich schade, wenn ich jetzt schon vorbei wäre. Ja, aber es sieht zwar aus. Schade. Das war dann wohl die Höhle. Außer es geht hier noch ein bisschen weiter. Okay, hier ist noch das hier. Gut, da ist auch nicht viel. Aber Leute, wir kamen von hier eigentlich. Schade, der Abschied sah eigentlich sehr vielversprechend aus. So. Aber schön, dass das jetzt auch wieder Nacht ist. Das war klar, dass das passieren wird. Ähm, welche Richtung ist denn jetzt die Burg? Da drüben. Oh. Oh je. Lass mich in Frieden. Gott, hier ist ja ein Loch Wo liegen jetzt überhaupt meine Sachen? Oh Gott, das ist jetzt Echt nicht ungefährlich gerade Ai, ai, ai Oh Gott Aua, Aua Weg hier Weg hier Essen Aua Weg da Nein Was ist das denn? Äh Ja, ich will doch nur die Sachen haben Äh, warte Äh Schreibt mir mal ganz kurz die Monster aus, um mir die Sachen wieder zu holen Lustigerweise funktioniert das jetzt Vorhin hat das nicht so gut geklappt Oh, meine Güte Das schöne Eisen Äh, lol, wo liegen... Hä? Ach, da drüben liegen sie Oh, meine Güte Nie wieder bei Nacht rauslaufen, wenn da die ganzen Monster stehen Keine gute Idee Gut, die Hose, äh, äh, ist nicht mehr da anscheinend Eigentlich nach vorne liegt sie Fahne, wie viel Schaden die Teile auch machen hier Ist doch nicht normal Wow Ja, egal, jetzt gehen wir erstmal wieder zu Puck hoch Wir müssen ja weiterschauen Ich wollte doch eigentlich Steine farmen, ne? Ja, gut, dann Vielleicht würde ich auch lieber auf noch mal Okay, dann vin